Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SkyAttack und heute mal wieder mit Heiko. Hallo! Jao! Guten Tag! Er hat mich nämlich engagiert, weil ich jetzt ein bisschen durch die letzten Folgen Ahnung bekommen habe von ja viele Items auf einmal verarbeiten und Kass hat hier eine richtig richtig op Wither Skeleton Form, die allerdings zu viele Items war in Trichter produziert. Also... Hello! Bin ich... Ich bin, glaube ich, hier in der Falsch... Oh! Ah! Ach da! Da! Full Nether Ride! Oha! Ja, ihr seht es schon hier am Bastillezock. Guckt euch jetzt mal an, wie viele Items hier überbleiben. Wir wollen jetzt hier ein kleines System bauen, was das Ganze zusortieren soll, dass alles ein bisschen einfacher ist. Ich würde sagen, wir müssten dafür aber die Form, glaube ich, außer Betrieb setzen und dann loslegen. Wo ist die Enderchest? Das können wir machen. Ah, die steht oben. Wo wir gerade waren es. Okay. Wir machen das auf eine ähnliche Art und Weise wie bei... Ah, da ist sie perfekt. Aber da war Farm, die ich bereits gebaut habe dort, ähm, bei unserer Baustelle, der Goldfarm. Ich habe aber hier auch nochmal ganz viel Gold, Kass. Da können wir auf jeden Fall Sheen mit craften. Und wir bauen das mal eben. Und ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden. Wenn man sich das anguckt, Kass hat ausgerechnet, dass wir insgesamt 1 Kohl, 10 Knochen, 7 Kohl und 1 Schwert alle 4 Sekunden bekommen. Das ist ein statistischer Wert. Das heißt, es kann mal mehr sein oder weniger sein, aber alles in allem wird so da rum sein. Das heißt, wir müssen das zusortieren können innerhalb von 4 Sekunden. Wenn wir das hinkriegen, dann läuft das System. Ähm, dazu brauchen wir diese 3 Sachen. Er möchte gerne die Schwerter wegschmeißen. Die Schwerter werden einfach gewoidet. Und hier, genau, sind die Kisten. Jetzt kommt das Sortiersystem. Wir müssen mal gucken, wie viele Items verarbeiten wir. Ungefähr 20 Items. Ich würde sagen, 30 Items würden wir verarbeiten. Mhm. Wobei, Moment, die Schwerter brauchen wir ja nicht, ne? Nee, die können komplett weggemacht werden. Die können komplett weggemacht werden, hast recht. Ähm, mhm. Wir müssen mal überlegen, wie man es am taktisch klügsten baut jetzt. Also schau mal, Karst, ich würde jetzt hier so eine Trichterstraße machen, ja? Können wir diese Säule hier abreißen? Oder müssen die da sein? Ja. Okay, wir können die Säule sonst alles weg benutzen. Okay, an diese Trichterstraßen dran müssen wir jetzt einen Sortierer bauen. Mit welchem Baumaterial willst du das hier bauen? Oder hast du welches? Alles mit dem. Ich würde kurz holen, die Smooth Stones. Ja, nice, mach mal. Ähm, ah ja, oh Gott, hier ist ein super gutes Redstone. Wenn Thysite Cast hat sich gut vorbereitet, dann können wir auch noch schneller das Ganze machen. Genau, die Kisten hier werden noch mal geleert. Ich benutze mal ganz kurz hier die Maustricks, um die Kisten aufzuräumen. Sehr schön. Und die Schwerter können wir schon mal wegschmeißen, ne? Ja. Ich würde die Kohle jetzt mal ... Ich hatte für die Farm am Anfang gedacht, dass die Farm was kostet, wenn man sie benutzen möchte. Ja, auch das können wir machen. Und dabei die Idee, dass jeder vierte Kopf halt praktisch bezahlt werden muss. Okay. Können wir das direkt einbauen, dass in der Output-Chase halt jeder vierte Kopf nicht ankommt, sondern woanders? Wenn du verstehst, wie ich meine? Äh, ne. Das geht nicht, oder du verstehst, wie ich meine? Ich verstehe nicht, wie du meinst. Okay. Geplant war, dass jeder vierte Kopf, dass man jeden vierten Kopf, den man bekommt, abgibt. Also 25 Prozent der Köpfe. Die werden, ach so, automatisch abgegeben an eine Kiste für dich? Genau, ja. Ah! Dass mein Teil direkt so gesplittet wird irgendwie. Ich verstehe. Das ist genial. Das ist ein gutes System, ja. Also das müsste auch nicht jetzt sein, nur als Idee, ob das generell cool wäre oder geht. Ja, das geht. Das sollten wir halt direkt von vornherein mit einplanen, muss ich sagen. Ähm. Okay. Aber das ist möglich. Am besten über die Art und Weise. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu bauen. Also die beste Variante wäre ja trotzdem, dass die Köpfe halt instant, ähm, schon reinkommen. Und dass der Spieler nicht warten muss, bis er erst vier Köpfe abgebaut hat, bevor sie hier in die Kiste landen, ne? Ja. Ja. Ja, ich würde hier so, ich würde in der Mitte die Köpfe machen. Ich würde rechts, äh, Kohle machen und links, äh, irgendwie Schwerter. Äh, oder, ähm, Quatsch, ähm, Knochen. So, die können wir hier übereinander stacken. Wir sollten vielleicht auch einen Overflow noch mit integrieren. Das ist keine schlechte Idee. Den würde ich halt direkt hier in die Mitte mit einbauen. Das können wir halt ganz smart hier alles lösen, Leute. Ja. Und wir haben nur eine Kiste für die Köpfe. Ich glaube, so viele Köpfe kommen da nicht zusammen. Gut. Nee. Da ist in der Mitte nämlich auch gleich der Overflow. Dass, wenn etwas überläuft, dass wir dann dort die Items entfernen lassen. Oder ist das eine gute Idee? Oh, ich weiß das gerade gar nicht. Ob wir den Overflow nicht vielleicht doch anders machen sollten. Ich denke noch mal ein bisschen drüber nach und dann gucken wir uns das gleich an. Also, ihr Lieben, das ist jetzt nicht der schönste Aufbau hier. Aber das sollte theoretisch so funktionieren, dass vier Items geteilt werden. Und zwar zu einem Drittel für Cast und zum anderen für alle anderen. So, das können wir mal kurz ausprobieren. Hier ist jetzt mal eine Kiste und noch eine Kiste. Seht, beide Kisten sind gerade leer. Und wir schmeißen mal vier Redstones hier rein. Eins, zwei, drei, vier. Und wir sollten jetzt aufgeteilt werden, dass wir hier, ne, da drei Redstones haben, eins hier haben. Perfekt. So, die Kisten sind hier. Also das Aufteilen funktioniert auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist, kriegt das Ding das auch schneller hin, wenn ich jetzt alle auf einmal einwerfe? Ist ja unwahrscheinlich, oder? Doch, kriegt er hin. Tatsächlich. So, aber wir werden leichte Ungenauigkeit haben, wenn wir jetzt halt mehrere Items haben. Ähm, wenn wir natürlich, also ich meine, wir können die leichte Ungenauigkeit beheben, wenn wir drosseln, wie schnell die Köpfe hier reingehen. Ich denke an alle Fälle einfach, Cast. Ich denke jetzt gerade an den Fall, dass angenommen jetzt plötzlich mehrere Köpfe auf einmal in das System reingehen. Ja. In dem Fall könnte es halt passieren, dass das System ungenau ist. Und das wäre halt unschön, aus diesem Grund machen wir es so. Gut, jetzt mal gucken, ob das System funktioniert. Wir haben 40 Items. Und diese 40 Items müssten jetzt aufgesplittet werden in 10 und 30. Wir legen das mal rein in die Technik. Die Technik schießt die Items hier rein. Sollte jetzt funktionieren. Also die ersten Items wurden schon aufgeteilt auf 3 und 1. Dann gucken wir, was als nächstes passiert. Jetzt haben wir, ja, hier ist schon die erste Ungenauigkeit. 7 und 2. Mhm. Also wenn tatsächlich die Köpfe zu schnell hier reingehen, ist das ein Problem. Wir müssen diese Taktrate auch nochmal ändern. Die Taktrate muss langsam genug sein, dass die Items einmal bis nach hinten durchlaufen können. Also wie gesagt, man kann alles deutlich optimieren. Äh, man kann sich das jetzt auch tot optimieren. Ich glaube, wir müssen nochmal langsamer machen das System. Dann läuft es auch. Oh. Ich würde jetzt fast schon eine Garantie dafür abgeben. Also ich habe hier einen Distributor. Oder wie auch immer du es nennen möchtest. Dieses Ding hier kann verteilen. Okay. Ich meine, es ist jetzt so unwahrscheinlich, dass halt irgendwie 4 Skals gleichzeitig kommen. Ja. So 2 oder 3 kann manchmal schon passieren. Aber selbst dann ist es ja nicht schlimm, wenn das irgendwie falsch aufgeteilt wird. Ich denke auch nicht, dass es ein Problem ist. Ich glaube, dass wir das Ding hier nicht brauchen. Es wird ja alle 4 Sekunden fertig an Kart. Ja? Ja. Und ich meine, dann passiert es halt, dass vielleicht 2 Items drin sind oder so. Aber es sollte kein Problem sein. Auf jeden Fall jetzt kommt er klar mit dem Aufteilen. Jetzt gleich müsste es auch auf 6 hochgehen. Wenn das einmal funktioniert, das ist das Schöne bei Redstone. Wenn etwas einmal klappt, dann kann man auch meistens davon ausgehen, dass es immer funktioniert. Ihr seht, es funktioniert jetzt einmal. Und deshalb können wir jetzt einfach warten, bis hier die Items durchgerasselt sind. Ich mache mal kurz einen Cut. Ja. Und da ist der Cut zu Ende. So. Letztes Redstone wurde in das System reingelegt. Und wenn ihr mich jetzt mal anscheinlich trügt. Ja. Wir haben 30 Redstones zu 10. 30 zu 10. Von 40 aufgeteilt. Na? Karst, das ist genau das Richtige für uns, oder? Das ist perfekt. Und noch überschaubar groß die Technik. Fein. Während wir hier am Testen und Warten waren, hat Karst sich fleißig hingesetzt. Und ja, doch. Nicht zu. Doch, doch. Ich trafte gerade Repeater und so und Comparator. Nice. Ja, genau. Das ist die Hinrichtung. Warte, was ist eigentlich? Ja, das Wort ist nicht schön, ne? Das ist die Richtung hin und es gibt noch eine Richtung zurück. Aber wir kriegen es schon hin. Aber hier, wo ich jetzt gerade bin, da soll später der Output hin für die Items, die vernichtet werden. Die werden einfach hier vernichtet. Und wir können auch so eine Glasscheibe bauen. Dann sieht man das so ein bisschen, wie die Items vernichtet werden. Äh, die Technik dahinter sollte nicht zu kompliziert sein. Einmal Comparator. Uh, hier. Solange die... Danke. Guardian of the Cast Crafter. Wunderschön. So. Sehr gut, sehr gut. Hier könnte man Glas jetzt hinsetzen, denn wenn jetzt hier Items drin sind, werden die ausgespuckt. So. Später. Oh, nice. Okay. Und dann können wir jetzt, wenn wir einfach ein paar Trichter nehmen... Ich mach mal ganz kurz das hier zu, nicht, dass wir jetzt hier runterfallen. Wir müssen dran denken, das später hier wieder aufzumachen. So. Können wir einfach, ähm, hier eine Trichterstraße so legen und so machen und so machen und so Und sobald alle Kisten voll sind, geht dann der Overflow eh in diesen Dropper und leert sich dann hier aus. Und hier müssten halt zwei Glasblöcke oder so hin. Haben wir noch Glas hier unten irgendwo? Oder oben? Nee. Glaub nicht. Nö. Vielleicht hab ich was in meiner Enderjust. Jetzt machen wir mal. Glasen-Enderjust. Jetzt wär Silke-Touch-Klöckisch. Na egal. Ja, das stimmt. Pass auf, ich bau jetzt einfach mal kurz mit Bone-Blöcken. Dann ist einfach klar, du kannst später da Glas hinsetzen, musst es aber nicht. Also, hier, hier und hier. Und dann setzt du noch irgendwie, ähm, Slaps drauf. Ich nenne jetzt einfach mal ganz billig hier. Ach, Filter. Nimm ich deine Filter-Slaps. Okay. Okay, alles klar. So. Ähm, hab ich jetzt dran gedacht, den, ja, frei zu machen. Wunderbar. Die Items droppen dann hier runter. So. Soviel dazu. Nice. Jetzt heißt es noch, die, äh, Filter-Straße hier fertig zu bauen. Und dann, ähm, baue ich jetzt mal eben kurz die Minecraft-Technik. Aha. Wir sind langsam am Vorankommen, ihr Lieben. Das funktioniert. Ich bin ein bisschen noch am überlegen, was wir zu tun haben. Warum setzt ihr euch dazu die Aufnahme fort? Keine Ahnung. Leute, schaut euch das an. Der Distributor ist eigentlich jetzt fertig. Ich bin noch nicht zu 100%, ob er genau so funktioniert, wie ich es mir wünsche. Aber hier hinten ist der Output für Cast-Craft. Nein, der ist noch nicht, der ist noch nicht komplett fertig. Merke ich gerade, es fehlt noch ein wichtiges Teil. Oh, oh. Aber Cast, du kannst das dann anschließen. Cast wird uns heute auch während der Aufnahme verlassen. Aber er wird das noch selber zu Ende bauen. Ja. Passt schon. Bring es hin. Äh, ja. Also hier oben ist eine Fackel. Die Fackel soll nicht lange rumfackeln. Und dieses Redstone hier. Ah, das ist mal unangenehm. So, das sollte klappen. Dieses Redstone ausmachen, was man anmacht. Und so. Wunderbar. Der Distributor ist damit jetzt getan. Jetzt gucken wir mal kurz, ob er funktioniert. Mit vier Redstone. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Vier eingeworfen. Entschuldige den Cut. Ähm. Jetzt schauen wir mal, ob der Output funktioniert hat. Wir haben hier gar nichts. Auch cool. Ja, das ist nice. Ähm. Habe ich das Redstone vergessen? Ah, ich habe hier noch einen zu klein gebaut. Kann das sein? Ja, ja, ja. Okay, gut, gut. Nee, nee. Das ist nicht das Problem gewesen. Das ist, das funktioniert schon. Das Problem war noch viel einfacher. Yes. Okay. Äh, ich habe es leider falsch gebaut. F dafür. Und die Technik hier ist glaube ich auch zu schnell. Auch das muss nochmal verbessert werden. Gibt es das denn, Leute? Aber es gibt es auch nur bei The Joycraft, dass die Technik zu schnell ist. Ja, genau. Ich muss einmal einen Verstärker rein. Der das Redstone-Signal einen kleinen Moment verzögert. So. Dann. So. Okay. Gucken wir mal, dass jetzt alles wieder geleert wird. Hier darf nichts in den Trichtern überbleiben. Jetzt ist aber leider hier überall irgendwas reingerutscht. Und da sollte nichts reinrutschen. Hm. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Warte mal. Oder ist das doch richtig? Nee, ja, nee. Ist falsch gebaut. Okay, nee. Es hätte noch einen Block höher gemusst. Die Technik. Das ist ein Block zu niedrig gebaut. Diese Technik soll halt vier Items nehmen und sie gleichmäßig aufteilen. Beziehungsweise nach Satz aufteilen. Unser Satz hier ist 1 zu 3. Aber jetzt hier. Hier hätten die Trichtern gemisst. Das hier ist die Input-Straße. Sehr schön. Ja, ja. Passt deutlich besser. Hier kommen später die Köpfe angeliefert. So. Ich mach das mal so bis hier. Gut. Und wir testen es mal eben aus. 1, 2, 3, 4. Das Ding schaltet. Schauen wir mal was passiert. Das ist gut, dass was passiert ist. Trotzdem. Ah, das Ding ist immer noch zu langsam. Langsam. Ein Tick zu langsam. Na, ist das ein Tick wirklich zu langsam? Ja, tatsächlich. Hier unten sind die Items jetzt alle hier drin. Die sind nicht weiter gelaufen. In die anderen Trichter. Das ist auch gut. Okay. Das heißt, wir müssen es noch langsamer stellen. Ich hab jetzt mal noch einen weiter gemacht. Oder ich geh mal hier hin tatsächlich. So. Jetzt aber besser. 1, 2, 3, 4. Zeig mal was du kannst. Und? Zweitens schon mal hier. Hier sind auch... Ah, der Trichter hier ist das Problem. Hm. F. Okay. Der Trichter war schlecht platziert. Ist nicht schlimm. Kein Problem. Auch das kriegen wir relativ schnell behoben. Einfach so und so. Jetzt ist das Problem behoben. Ja, dann zeig ich das mal im Cast. So. Highcast. Pass auf. Schau. Jetzt ist es so, dass wir hier drei... Pass auf. Wir machen hier vier Reds noch mal rein. Achtung. 1, 2, 3, 4. Und hier vorne kommt jetzt drei raus, wenn alles klappt. Ja. Du siehst, hier vorne sind drei. Hier unten. Ähm. Da. Ja, ähm. Äh. Äh. Wo ist... Also irgendwo ist jetzt ein Reds noch rausgekommen. Ah ja, ne. Es hat funktioniert. Also irgendwo, irgendwo hing jetzt noch ein Redstone fest. Kein Schreck kriegen. Ah. Das war ein anderes Redstone. Weil jetzt noch ein fünftes Tent rauskam. Okay, warte. Jetzt ist es gereinigt. Also war noch irgendwo Dreck im System. So, jetzt mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh, die Skelette da oben. Eins, zwei, drei. Ja, wie cool. Pass auf. Und deine geheime Output-Chest ist hier. Hier. Ich mache jetzt einfach mal wirklich eine Kiste hier hin. Okay. So, zack. Das ist jetzt hier die Bezahlungskiste. Ja, der Rest ist jetzt so ein bisschen Minecraft-Technik, die folgt. Das mache ich, weißt du was, das mache ich sonst allein im nächsten Part und sage an dieser Stelle, Carst, danke für deine Mithilfe. Oder, nee, stopp. Ich habe zu danken. Ja, doch. Egal. Hat Spaß gemacht. Ich finde es immer cool, mit dir sowas zu machen. Hau rein. Macht's gut. Bis bald. Tschau. Tschüss.